Ich fand das cool in der All-Stars-Version, also mehr oder weniger das Remake von dem Spiel, wo man dann bei Toad immer einen neuen Sprite gesehen hat. Es waren immer mehrere Toads. Ja, dieses Level sehr bekannt. Hier sehen wir nämlich unseren Feind Lakitu mit den Stachis, die er immer dabei hat. Aus Irgendwann hat er immer die passende... Wow, komm. Die passende Zahl an Stachis dabei, was mir nicht passt. Ja, eigentlich kann ich das Level nur so, dass man hier durchruscht. Aber ich schaue mir mal hier alles an. Denn irgendwo ist ein Pils und den hätte ich gerne. Ich dachte gerade so, was mache ich da? Warum kehle ich mich gerade selber? Ah, ich wusste hier war irgendeine Röhre begehbar. Hier ist ein Pils, ja, okay, nett. Aber ich werde wahrscheinlich hier zurückspulen, deshalb brauche ich den eigentlich nicht. Aber trotzdem nice. So, ich glaube, hier war irgendwo der Pils, oder? Ja, da ist er, aber... Äh, da Stachis... Boah! Es war so klar. Hier hieß Bautmann dann nach der Röhre. Also, eigentlich wäre ich lieber durch die Röhre gegangen, hätte ich auf jeden Fall jetzt einen Pils gehabt. Oh, Mann! Oh Gott, was ist das Ziel? Oh. Ich habe irgendwo... Das Wunder verpasst. Relativ in der Mitte des Levels, bei den vier Blöcken, gibt es hier das One-Up. Und wisst ihr was? Das wird mir jetzt langsam echt zu blöd. Ich gehe jetzt einfach in die Abkürzung hier, hol mir meinen Pils und verpiesel mich. Ich bin rausgeslidet. Slidyboy! Mr. Mario, haben sie uns was zu erklären? Haben sie mir etwa Butter an sich reingeschmiert? Er sagt nichts. Ich glaube, er weiß, dass ich es weiß. Wow! Wow, wow! Okay, und hier haben wir noch mal ein paar Münzenfarmen. Komm, one-up, one-up, one-up! Nein, eine Münze! Ah, schade. Eine Münze hat gefehlt. Ja, je weiter höher man in die Fahne kommt, desto mehr Punkte bekommt man. Aber das Score ist jetzt sowieso ein bisschen kaputt, weil ich jetzt wieder mal hin und her gespielt habe. Ich bin dann trotzdem gefeiert. Yay! So, ich glaube, das hier ist ein weiteres... Ah, das ist ein Undergrunde. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ah, das war das mit dem schweren Platforming. Als kleiner Mario ist es hier einfacher durchzukommen. Gott. Ja, egal. Ich kann doch einfach hier lang. Muss mir nicht so schwer machen. Du, 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 du. Theoretisch kann man sich hier rausbauen, aber man kommt da halt nicht raus. So hoch kommt man nicht. Aber ich habe doch alles kaputt gemacht, wenn man drauf Bock hat. Du, 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 du. Hier sind irgendwo noch richtig viele Münzen. Ah, hier ist ein One-Up. Wow, zwei in jemandem haben wir da. Mehr oder weniger. Ah, jetzt kommt die Stelle. Hier wäre ich gerade so safe-staten. Denn hier gibt es... Ah, jetzt habe ich es verbaut, oder? Ah, nee, ich glaube, als großer Mario kommt man da nicht dran, wenn man es so macht wie ich. Nee. Bei dem Block, da ist das Secret. Den Block und den Block, den anderen da rechts am besten nicht machen, außer ihr seid klein. Aber hier ist eine Ranke. So, und ich glaube, hier gab es auch einen Glitch, dass man die Ranke von der rechten Seite aus betreten kann. Ja, für den müsste ich jetzt ein bisschen tricksen und üben. Lassen wir es. Auf jeden Fall geht es. So, wo würde ich denn die Ranke hin? Das ist kein normales Bonus-Level. Das hier ist, besser gesagt, eine weitere Warp-Zone. Du, 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 du. 6, 7 und die letzte Welt, 8. Also ja, es gibt 8 Welten. Und ja, das könnte man jetzt machen. Tun wir aber nicht. Wir gehen ganz normal weiter. Und ich glaube, dass man hier in die Ruhre rein kann. Einer von denen. Bist du's? Bist du's? Oh, schade. Nee. Der daneben? Die kann man übrigens nicht killen. Die Beatles. Wie ist das jetzt gelang? Na egal. Auf jeden Fall kann man die nicht besiegen. So, und wie man da in die Münzen kommt. Ist gleich mal so schwer. So. Ah. Ja, ihr wisst, wie man es ungefähr machen soll. Man soll da rüber und dann den perfekten Sprung machen. Äh, es ist schwer. Nicht unbedingt. Und... Skippen tut man auch nicht so viel vom Level. Ich guck mal ganz kurz nach. Ah, da sind noch Coopers. Ah, doch. Ein bisschen tut man schon skippen. Wo ist das nicht wieder... Man merkt, dass ich... Hier immer durchwasch. Mit den Tricks. Ah, man kann einfach hier oben übrigens lang. Und dann... Einfach alles dort und skippen. Bis man halt hier ist. Nee, hier oben kann man auch wieder weiter. Wenn man es schaffen würde. Nicht so wie ich jetzt gerade. So, jetzt muss ich aufpassen. Denn... Hier oben gibt es ein weiteres Secret. Welcome to Warp Zone. Ja, eine schlechtere Warp Zone gibt es hier. Direkt nach Welt 5 führt. Also, es gibt drei, zwei, drei oder so. Keine Ahnung, warum man die nehmen sollte. Übrigens, der Jumpy ist sehr, sehr böse. Ich empfehle, den von hier aus zu machen. Sonst stößt man sich den Kopf und dann hat man den Zahler. Ha, 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 nein, der schmeckt nicht gut mit Rotpilzen. So, 4, 3. Du, wieder... Oh, diesmal rote Pilzen. Statt grüne. Nee, diesmal sind es wirklich Pilze. Letztes Mal waren es, glaube ich, einfach nur... So Berge, die so wie Pilze aussahen. Du, du, du. Und wie jedem dritten Level müssen wir hier... Oh, nein. Alle Münzen sammeln. Na, komm. Was zum... Ich dachte... Ich weiß nicht, ich dachte... Es tut mir leid. Immer dieses Level, wo man Münzen sammeln muss. Es ist immer dieses Level. Boing. Lass den Pilz. Nein. Tschau, Pilz. Ich würde nicht sterben. Der Cooper kommt mir wieder... Oh, Mann. Okay, komm. Erstmal runter. Dann geh hier hoch. Schnapp dir den Pilz. Und jetzt versau diesen Sprung. Nicht, Mario. Ey. Immer das Gleiche mit diesen Klempnern, ne? Wie die Textur gerade geglitscht ist. Weil die ineinander gegangen sind. Du musst verschwinden, Kumpel. Hau ab. Na, Kumpel hat am besten dein Bild. Will ich gut. Boah. Nicht zu tief. Not too much. But not too less. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Münzen und können ins Ziel. Ist das Ziel? Oh, siehst du, war ne rote Flagge. Also, rote Spitze besser gesagt. Heutzutage wäre das ein Circle Exit. Oh my God. Na, wie auch immer. Und jetzt kommen wir zum Laberenschloss. Wo man den richtigen Weg gehen muss. In der All-Stars-Vision gibt es immer so einen DINGING. Oder so DINGING. Wo man falsch oder richtig ist. Hier gibt es das leider nicht. Oben war aber schon mal richtig. ich glaube dann jetzt unten ja nein habe ich noch auswendig im kopf oben unten tatsache so wer steckt diesmal hinter dieser bauzer fassade werde ich überhaupt verwandelt war das karmik war das magi cooper anstache aber doch kein so bieter tag aber diesen weißen bäumen könnte man schon denken dass das hier schnee aber nein vielleicht aber es sieht leider nicht wirklich danach aus war ich lieber noch ein bisschen so leider weiß ich kann nicht auswendig wo das one up ist ja ich mir natürlich erst mal merken sollen aber wir werden es auch immer noch finden die kugel willis die sind natürlich nicht so nett actually ziemlich böse ich glaube ja hier ist das one up wenn man die ganzen müssen sammelt hat war lustig wie ich da so durchgefallen bin ich meine da kann man rein bei röhren die bei röhren die so halb in der luft fliegen wie hier da kann man eigentlich meistens rein ja du hast ein paar mütze mit dem man darauf braucht ja so kann man da rein ja ich hab's auch mal gezeigt was er gesagt paracopas wenn man die nennen mit den flügeln obendrauf haben halt ein hit mehr weil sie dafür fliegen können oder was heißt fliegen eigentlich springen die halt nur mit den flügeln naja zeit entspann ich alles gut alles schön schön gut 52 was noch mal von dem ob das trampoline hier ist auf jeden fall ein pilz das sind meistens pilze drin diesen dingern hier ich sehe den schon ich hab's gar nicht gewährt ist wieder aufgestanden ja ich hab den hammerbruder schon gesehen deshalb also den pilz bräuch auf jeden fall sonst übernehme ich das überhaupt nicht wie denn auch da ist der der bro einfach durch ja ich kann nicht gut gegen die kämpfen wer kann das schon die röhre 14 unterwasser bereich das sieht man auch sehr selten auch in neuere mario spielen sieht man sowas eher selten oder guter blupper online hallo voll lang geladen okay dann gehe ich halt nicht lang aber ich kann mir vorstellen dass das einiges gibt also weil sie das lieber machen wollt durchgekommen ich komme kurz theoretisch kann man auch einfach die ganze zeit hier oben bleiben sofern da keine blöcke sind aber hier die ganze zeit und dann sind durch das gibt's was gibt einiges näher ist schon das ende oder ja nee was auch immer in diesen ort kommen wir jetzt sowieso jeden moment Ach Gott. Bam. Oh mein Gott. Nice. Du, 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 du. Boing, boing. Ich hab hier ist nichts. Schwacher Sprung, Mario. Nächstes Mal warte ich mehr von dir. Oh nein. Am besten immer unter dem bleiben. Ja, genau so. Kann man nämlich auch so schneller ausschalten. Wie gesagt, weil meistens in solchen Bereichen immer sich ein Power-Up versteckt, suche ich gerade. Aber irgendwie... Doch. Ein Stern. Nein. Mein Name. Er streckt meinen Namen. Haha. Doch, mit der Wasserpassage skippt man die Hammer Bros. Oh, da unten in der Röhre könnte was sein. Ne, das weiß ich nicht. Na gut. Oh, ey. Ey. Kommst du nicht ungeschehen davon, Kumpel? Ne, ne, ne. Was denkst du denn? Ne, ne. Ne. Das mache ich nicht mit. Du, 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 du. Ja, ich glaube ab hier gibt es auch nicht mehr super viel zu zeigen. Außer halt natürlich die normalen Level. Und warum sieht das Level eigentlich aus wie 1, 3? Das ist ein sehr ähnliches Level-Design. Nur diesmal mit Kugel-Willis. Die schießen... Na, wo schießen die von überall? Ich glaube, ich glaube es... Ja, es ist wirklich einfach exakt das gleiche Level-Design. Ist einfach 1, 3. Da unten ist jetzt auch ein Pilz drin. Oder halt... Voll... Ach, egal. Jetzt ist ein Pilz drin. Krass. Aber das gleiche Level nochmal. Ist mir auch vorher nicht aufgefallen. Hilfe. Achso, wir müssen alle Minzen sammeln. Oh. Ich kann nicht erklären, warum ich gedacht habe, man müsste hier nicht alle Minzen sammeln. Äh, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, Kugel-Willis kann man leider nicht abschießen. Wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. Leider geht das nicht. Nein, nein, nein. Ah, boah, boah. Aber hey, sehen wir es positiv? Ich habe meine... Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Aber sehen wir es positiv? Hilfe, ich habe noch meine Feuerblume. So. Ich bin wirklich in diesem Display... Hör, warum ist der Rote gerade runtergerannt? Nur die grünen Coopers rennen runter. Die Roten bleiben immer auf der Plattform drauf. Da seht ihr? Hier komisch. Aber ich bin in diesem Display auf jeden Fall schon viel zu oft gestorben. Viel öfter, als ich eigentlich wollte. Das ist... Muss ich ehrlich sagen. Ist irgendwie traurig, aber... Passiert. Ich will hier keine Glanzleistung zeigen. Ich möchte euch Secrets und interessante Sachen zeigen. Ist das wieder eine Lippe rund? Von dem, was ich weiß eigentlich nicht. Vielleicht doch. Mal sehen. Es ist ja noch wieder das gleiche Level wie... Boah, was hat mich noch getroffen? Oha. Ja doch, das ist einfach das gleiche Level. Nur ein bisschen schwieriger von... Weiß ich, in einem anderen Kerl. Was ist jetzt vorhatten? Boah. Nein. Diese bösen Hotheads... Sind gemein. Ich gehe jetzt bitte nicht Game Over. Das war mein letztes Leben. Alter. Boah, wie weit aber auch der Balken geht, ne? Okay, direkt rüber, direkt rüber, direkt rüber. Und... Yes. Ich glaube, unten war schon richtig, oder? Ich hatte es hier in der Berühmte. Es war unten... Nicht verkehrt. So, rüber. Zumindest wirkt es bisher noch nicht verkehrt. Okay. Ja, komm. Kack auf die Mützen. Oder nehme ich die oberen mit. Oh, okay. Drüber. Stopp. Und wir sind da. Ohne Feierblume. Aber... Seine Stacheligen Hörner habe ich noch erwischt. DUM. TORRY! Seid ihr Mario? Man hat wirklich so ein anderer Kerl. Was auch was anderes zu sagen in den Duden? Pausa, altes Haus. Na, wie geht's? Oh, Salakito, ich... Oh, dieser Lakitu immer... Wenn ich nicht aufstehen kann. Das war's! chinos down Bis zum nächsten Mal.